Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein Pferdekauf-Video, ja! Und zwar das Pferd, das ihr hinter mir seht. Ja, das ist der Knab-Struber aus der Star Stable Horses App. Für alle, die es noch nicht wissen, Star Stable hat eine App, die nennt sich Star Stable Horses. In dieser App könnt ihr Pferde erwerben, die es im Spiel nicht zu kaufen gibt. Das funktioniert folgendermaßen, ihr sucht euch irgendein Pferd aus, das euch gefällt, zieht es groß von Fohlen zum Erwachsenen Pferd, also von Level 1 bis Level 10. Das dauert im Durchschnitt 5 Tage. Könnt es dann auch in der App direkt benennen, auch direkt bezahlen und ins Spiel transferieren. Das habe ich jetzt mit diesem Knab-Struber hier gemacht und was soll ich sagen, ich liebe ihn. Ich habe schon ewig lange auf diesen Knab-Struber gewartet oder generell auf Knab-Struber. Also Knab-Struber gibt es ja schon etwas länger hier in Star Stable, aber eben nicht so eine Art Knab-Struber. Also so ein schwarz-weißen. Ich meine, Knab-Struber gibt es ja in allen möglichen Farben. Also die gibt es mit großen Punkten, mit kleinen Punkten, mit wenig Punkten, mit vielen Punkten, mit schwarzen, mit grauen, mit dunkelbraun, sogar mit rötlichen Flecken. Also Knab-Struber können ja wirklich ganz verschieden aussehen. Die gibt es sogar als Tiger-Schecke mit Schabrack-Scheckung und so weiter und so fort. Aber ja, mir gefallen halt die schwarz-weißen Tiger-Schecken am liebsten. Oder wie ich sie immer liebevoll nenne, die meisten kennen es schon, genau die Dalmatiner-Pferde. Weil Dalmatiner sind ja auch weiß mit schwarzen Punkten. Dieser Knab-Struber ist eben auch weiß mit schwarzen Punkten. Und ja, deswegen liebe ich ihn so sehr. Und auf so einen Knab-Struber habe ich in SSO schon ziemlich lange gewartet. Und jetzt habe ich ihn und ja, jetzt gucken wir uns diesen süßen kleinen Kerl mal an. Also ihr seht es ja hier oben, Level 10, mit Level 10 kommt das Pferd aus der App zu euch. Ich habe ihn jetzt Light Wish genannt. Light wegen dem hellen Fell und Wish, weil ich ihn mal eben schon ziemlich lange gewünscht habe. Deswegen Light Wish. Und ja, wir gucken ihn uns mal ganz genau an. Was hast denn du erstmal für eine Augenfarbe? Guck mich mal an. Das ist so eine, ja was ist denn das? Das ist so, meine Katzen toben draußen im Flur. Das ist so eine, ja, orange-bräunliche Farbe. Kann ich jetzt gerade nicht so erkennen. So, jetzt hat er seine Augen ein bisschen weiter aufgemacht. Ja, ich würde sagen so orange-bräun, also so bronzemäßig, ne? Ich meine, ihr seht es ja selbst. So, ja, dann hat er natürlich weißes Fell, logischerweise, weiße Mähne, weißer Schweif, also weißes Langhaar und überall am ganzen Körper schwarze Pünktchen. Das ist jetzt mal ein Knappstrupper, der etwas weniger Flecken bzw. Punkte hat. Das ist ja wie gesagt bei Knappstrupper unterschiedlich. Die können ja wenig Flecken haben, die können viele Flecken haben und der hat in diesem Falle relativ wenig und relativ kleine Flecken, würde ich jetzt mal so sagen. Und außer hier hinten bzw. hier vorne am linken Vorderbein hier über den Huf hat er so einen großen schwarzen Strich. Das kann bei Knappstrupper auch vorkommen, dass die überall so Punkte haben und dann an den Beinen immer so große schwarze Flecken oder Striche, ne? Also die meisten Knappstrupper haben auch dunkle Strähnen in der Mähne und im Schweif. Und das hätte ich mir bei diesem, also ja, das hätte bei diesem Pferd bestimmt auch hübsch ausgesehen, aber weißes Langhaar, also komplett weiß, sieht auch super cute aus. Ja, im Gesicht hat er natürlich auch viele kleine Pünktchen. Ich glaube, im Ohr selbst hat er keine, nein, aber hier natürlich um die Nüssen herum ganz viele kleine schwarze Pünktchen und auch um die Augen herum. Da ist er auch noch so ein bisschen rosa und ja, so sieht der kleine Mann aus. Ich setze mich mal drauf, nein, ich setze mich nicht drauf. Wir gucken uns jetzt einfach mal so das Füttern an bei diesen Knappstruppern. Knappstruppern vor allen Dingen, bei dem süßen Kerl. Und ja, wie er guckt, so wie, hä, was geht denn hier ab? Ja, Trinken ist die gleiche Animation wie das Füttern, aber das haut ganz gut hin mit dem Eimer. Und jetzt noch das Putzen. Das scheint er ganz gut zu finden. Okay, ja gut, streicheln habe ich das schon gemacht, ich glaube schon. Ja, das sieht halt süß aus, das sieht sehr süß aus. Die haben übrigens genau die gleichen Animationen wie die Andalusia. Also im Stehen nicht, da haben die andere Animationen. Die Animation im Stehen habt ihr jetzt ja die ganze Zeit gesehen, während ich geredet habe. Und jetzt gucken wir uns das Pferd mal in Bewegung an. Ich finde es aber tatsächlich nicht schlimm, dass die die gleichen Animationen haben wie die Andalusia, weil die Andalusia sind ja auch edle Barockpferde und Rassurpferde und das sind halt die Knappstrupper auch, ne. So, ich wollte mich hier zum Wildpferd machen, genau. So. Okay, da sehen wir ihn nochmal in voller Pracht. Das sieht so schön aus. Ich habe schon so unendlich lange auf dieses Pferd gewartet. Oh mein Gott. So, wir laufen mal ganz kurz ein bisschen schneller. Ich stelle mich mal hier hin. So, vielleicht kann ich die Kamera noch ein bisschen näher rannehmen. Das wäre vielleicht etwas günstiger, glaube ich. Ja, so ist das, denke ich, mal in Ordnung. Okay, ja, wie gesagt, die Animationen im Stehen kennen wir ja schon. Der Tänz sitzt so ein bisschen rum, wackelt mit den Öhrchen, horcht ein bisschen. Ja, also die Animationen im Stehen sind jetzt nicht so krass, ähm, atemberaubend. Okay, egal, wir gehen rückwärts. Hm. Ja, da senkt er so ein bisschen den Kopf, guckt auch ganz, ganz leicht über seine linke Schulter, wenn ich das so sagen darf. Äh, ja, die Ohren werden ein bisschen zurückgenommen, finde ich ganz gut. Sieht so ein bisschen zurückhaltend und ängstlich aus, aber, ja, das Rückwärtsrechnen ist vollkommen okay. So, Schritt. Sieht ein bisschen versammelt aus, aber, ja, da wirkt auch der Körper so ganz kleines bisschen irgendwie, ja, zusammengestaucht. Ein bisschen versammelt halt, ne. Aber auch der Schritt ist vollkommen okay. Was soll ich dazu noch sagen? So, der Trab, der ist sehr edel. Der gefällt mir ja wirklich richtig gut, ne. Hebt die Beine schön, die Vorderbeine, die Hinterbeine, die Ohren, die gehen so ein bisschen zur Seite. Der Kopf wird auch schön hochgetragen, also sieht wirklich sehr edel aus. Ja, kann man nicht meckern. Der leichte Galopp. Ja, auch wunderschön. Dazu kann ich wirklich nichts sagen. Mir gefällt das sehr gut. Die Beine gefallen mir gut, die Kopfhaltung gefallen mir gut. Schweif wedelt schön mit, hier mal von hinten. Genau. Und, ja, da kann man auch nicht meckern. Ist ja ein bisschen schneller. Ja, da ist mir der Nacken, also der Hals, ist mir da ein bisschen zu steif. Da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Bewegung drin sein. Aber ansonsten gefällt mir das hier auch sehr gut. Also die Beine gefallen mir gut. Kopfhaltung ist auch okay. Wie gesagt, der Hals, der Nacken ein bisschen zu steif. Aber ansonsten auch eine sehr schöne Gangart. So, und jetzt gehen wir mal ganz schnell. Und diese Gangart, der Jagdgalopp, der Renngalopp, was auch immer, ist auf jeden Fall der schnellste Galopp. Die schnellste Galoppart, die gefällt mir auch sehr gut. Also da schwingen die Beine wirklich schon mit. Der Kopf wird hochgetragen. Die Öhrchen gehen schön nach vorne. Also er will, er will auf jeden Fall. Und, ja, das gefällt mir richtig gut. So, und dann machen wir mal eine Vollbremsung. Ein sehr schöner Stopp. Sehr, sehr schnell. Sieht wirklich ganz gut aus. Wir machen das nochmal. Ja, sieht wirklich, also das ist wirklich ein sehr, sehr schneller Stopp. Das finde ich ja sehr gut, wenn Pferde in der SSO sehr schnell zum Stehen kommen. Hier auch mal wieder im Fotomodus. Ja, beim Sliding Stopp, Sliding Stopp, sag ich schon, ist ja kein richtiger. Bei einer Vollbremsung darf man, glaube ich, nicht in den Fotomodus gehen. Weil hier sehen die Beine schon etwas komisch aus, die Hinterbeine. Ach, die Vorderbeine, der drückt die wirklich richtig krass durch. Damit der auch wirklich so schnell wie möglich zum Stehen kommt. Aber es ist vollkommen okay. Okay, also es sah bei anderen Rassen schon wesentlich schlimmer aus. So, das Steigen. Wunderbar. Zwar genau dasselbe wie beim Andalusia, natürlich. Aber es sieht trotzdem sehr schön aus. Also ein sehr hohes, sehr elegantes und edles Steigen. Auch wie er runterkommt, da rutscht er mit den Hinterbeinen so ein bisschen nach hinten. Am Anfang sah das irgendwie ganz komisch aus. Da hat mich das auch gestört. Jetzt wiederum finde ich das schon echt sehr schön. So, und wir sind noch nicht gesprungen. Deswegen springen wir jetzt einfach mal. Mal im leichten Kalopp springen. Ja, da zieht er den Hals sehr an die Vorderbeine an. Ja, die Beine werden schön mitgezogen, die Hinterbeine. Die Vorderbeine werden sehr stark angewinkelt. Ja, sieht aber vollkommen okay aus. So, und wir springen mal im Schnellengalopp. Da ist es das Gleiche. Die Hinterbeine werden schön mitgezogen, die Vorderbeine werden schön angezogen. Aber der Kopf zieht sich jetzt nicht mehr so ein, ne? Der streckt den Kopf jetzt. Guckt mal. Da. Ja, sonst hat er den Kopf während des Sprungs so an den Hals ran gehalten. Und jetzt, ähm, streckt er den. Ja, also etwas anderes, äh, etwas anders im Schnellengalopp. Aber, ja, auch hier sieht der Sprung total schön aus. So, ich glaube, ich habe euch alles von den Animationen gezeigt. Jetzt würde ich sagen, interessiert uns, glaube ich, noch, wie die verschiedenen Mähnenstile auf diesem Pferd aussehen. Ja, und deswegen würde ich sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann treffen wir uns beim Pferdefriseur wieder. So, ich bin beim Pferdefriseur in Vadeil angekommen. Und, ja, das ist die Originalmähne. Die fällt auf beiden Seiten, ne? Einmal hier oben nach rechts und einmal hier unten nach links. Sieht ein bisschen dünn und strähnig aus. Genauso wie, ja, hier mal von der anderen Seite. So, genauso wie der Schopf. Ne? Der sieht auch ein bisschen strähnig aus. Fällt eigentlich in alle Himmelsrichtungen. Und der Schweif ist auch relativ dünn und, ja, strähnig. Also, ja, hier fallen auf jeden Fall ein paar Haare ab. So, okay. Das ist die kurze. Oh. Das steht ihm sehr gut. Das sieht ja richtig wuschelig, puschelig aus. Und richtig frech. Das passt zu ihm. Dadurch, dass die Originalmähne auch, ja, ich sag mal, am Hals angeklebt ist und nicht wirklich hin und her weht, ist es bei den Standardmähnen natürlich auch nicht so. Und deswegen ist das jetzt auch nicht so schlimm. Oh, das sieht echt schön aus. Oh ja, das sieht, das sieht cute aus. Ja, da gefällt mir der Schopf sogar ein bisschen besser als beim Original. Jedenfalls hier auf dieser Farbe. Wow, der Schweif ist ja richtig puschig. Schön. Ja, gefällt mir. Okay, die kurze Mähne gefällt mir schon mal richtig gut. So, die Knötchen. Ja, elegant. Ist, wie gesagt, ein Dressurpferd, ein Barockpferd. Deswegen passen die Knötchen sehr gut. Ja, ich nenne diese Frisur immer Knötchen. Weil es sieht halt aus wie haufenweise kleine, verschiedene Knödler. Knödele, Knötchen halt. Ihr wisst, was ich meine. Ist ja auch egal. Okay, hier von vorne. Von vorne sieht es immer so ein bisschen nackelig aus, ne? Da fehlt der Schopf irgendwie so ein bisschen. Aber auch nicht verkehrt. Ja. Hier der rundgelutschte Schweif. Ja, sieht aber im Großen und Ganzen okay aus. So, die etwas längere Mähne. Oh, die ist auch schön. Ja, wie gesagt, die Mähnen bei den Knapstrubern, die kleben halt alle an. Was ich wirklich sehr schade finde. Das sieht auch sehr gut aus, ne? Ja, auf einer Seite mal keine Mähne. Das ist auch nicht verkehrt. Weil ich finde, die Knapstruber, die haben wirklich einen schönen Kopf und einen schönen Hals. Da kann man das ruhig machen. Hm, ja. Schopf ist auch gut. Auch der Schweif ist richtig buschig. Das gefällt mir persönlich zum Beispiel. Halt, hier. So, sorry. Das war die falsche Mähne. Das gefällt mir ja wirklich richtig gut. Ja. So. Und der letzte Mähnstil, die ganz lange Mähne. Also wenn die sich jetzt noch bewegen würde, das wäre mega. Dann würde ich die nehmen. Aber ansonsten, ja, die sieht halt wirklich richtig angeklatscht aus, ne? Hm. Ist jetzt nicht so mein Favorite. Ja. Schopf ist schön. Schön lang. Fällt auch gut. Ja. Gefällt mir. Und der buschige Schweif. Der sieht auch sehr, sehr schön aus. Also ich tendiere tatsächlich hier zu dieser kurzen Mähne, weil bei mir ist es ja ein Hengst. Und das sieht schon ziemlich frech aus. Und ich finde, das passt zu ihm sehr gut. Oh ja, doch. Ja, doch, 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 doch. So, komm, wir laufen mal ein Stückchen. Mir fällt gerade auf, hier oben ist die Mähne kürzer als hier unten. Seht ihr das? Es sieht aus, als hätte der Pferdefrisör irgendeinen Fehler gemacht. Einen Schnittfehler. Weil guckt mal. Hier ist es richtig kurz abgeschnitten, dann wird es weiter nach unten immer länger und länger. Und dadurch sieht der Hals auch irgendwie so komisch aus. Also wisst ihr, was ich meine? Seht ihr das? Könnt ihr ja auch erkennen, was ich meine. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Es passt zu ihm. Ja. Aber irgendwie auch nicht. Bin ich zufrieden? Irgendwie bin ich nicht zufrieden. Ich weiß auch nicht. Also im Pferdefrisur drin sah das irgendwie viel besser aus. Wartet mal. Wait a moment. Ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Wow, 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 ho, 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 ho. Oh, aber der Schopf hat sich schön bewegt. Der Schopf hat sich sehr schön bewegt. Okay. Ja gut. Im Pferdefrisur sah das alles viel besser aus. Hm. Jetzt die Frage, finde ich jetzt tatsächlich die Original-Mähne besser? Oder finde ich die Kurze jetzt besser? Weil hier ist die halt so strähnig, aber hier ist die so fluffig. Aber der Schnitt ist halt hier so komisch, ne? Boah, na toll. Jetzt kann ich mich wegen einer Frisur nicht entscheiden. Das ist ja doof. Wie gesagt, die lange Mähne, die ist zwar schön, aber die wirkt halt auch so angeklatscht. Und das ist schade. Ach, wisst ihr was? Ich gehe wieder zur Original-Mähne mit. Ja, ich weiß, jetzt habe ich Star-Coins verschwendet. Und das auch noch zweimal, aber... Ne, tatsächlich bin ich jetzt mit der Original-Mähne zufriedener als mit der kurzen. Das sah zwar nicht verkehrt aus. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich war jetzt damit einfach nicht zufrieden. Und wenn man damit nicht zufrieden ist, ja, warum dann damit rumreiten, oder? Ja, so ihr Lieben, das war es auf jeden Fall mit meinem Pferdekauf von meinem absoluten Traumpferd. Wie gesagt, Star-Strape hatte ja mal vor zwei oder drei Jahren eine Umfrage gestartet, welche drei Pferderassen wir uns denn noch so wünschen. Ich hatte damals tatsächlich die Knab-Struber eingegeben, weil die Knab-Struber gab es damals im Spiel noch nicht. Dann habe ich, glaube ich, als zweites Schwarzwälder genommen und als drittes Barock-Pintos. Genau. Und die Knab-Struber sind ja schon ins Spiel gekommen. Ich wollte ja schon immer, wie gesagt, so ein Dalmatiner-Knab-Struber haben, ne, so einen schwarz-weißen. Und jetzt habe ich ihn halt endlich. Und ich freue mich so dermaßen. Und ich liebe ihn wirklich. Also ich finde ihn richtig, richtig, richtig hübsch. Das ist wirklich ein Pferd wie für mich gemacht. Ich habe ja auch schon den Tiger-Schecken-Friesen. Ich habe auch den Tiger-Schecken-Mustang. Also ich glaube, man merkt, dass ich Tiger-Schecken mag, oder? Ja, ich glaube schon. Und ja, das war es auf jeden Fall mit dem Pferdekauf-Video. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.